Prinz Harry, so sehr hat Sparer ansehende Royal Family beeinflusst. Prinz Harry, 38, hat in seiner Autobiografie einige Zeilen verfasst, die die britische Königsfamilie in kein gutes Licht rücken. Bisher haben sie sich jedoch nicht zu den Vorwürfen des Prinzen geäußert. Doch was machen die Aussagen und dieses Verhalten mit der britischen Bevölkerung? Eine Umfrage, die am 10. und 11. Januar durchgeführt wurde, bei der 1691 Menschen befragt wurden. Zeigt, ob die Sympathie zu den Royals gestiegen oder gesunken ist. Die Antwort und was ein Royal-Experte dazu sagt, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, ExpressCook